Wenn in der Stadt der vielen Wunden sich Schwert und Glaube eingefunden, doch von der Eisen führend Hand der Leuenblick sich abgewandt, wenn Gold und Macht im Widerstreit mit Brauch und Sitte alter Zeit und Quirlinge stehen vor dem Tor, liegt Unheil über Arivor. Hallo ihr Quirlinge, da sind die Helden wieder in diesem Chortempel, in diesem Chorschrein, in was auch immer, unter dem Theater von Arivor und gierige Halbelfen haben Sarkophage aufgebrochen und Steine beiseite räumen lassen und das mit den Sarkophagen findet Dardan ja schon schlimm genug. Aber was hinter den Steinen zum Vorschein kam, ich gebe euch mal eine Kamerafahrt durch die Wand, das ist nicht ein schöner Effekt, noch seht ihr gar nichts, aber hinter der Wand, flupp, ist genau das. Ja, und genau das guckt die Helden jetzt an und Dardan ist zum Glück in dritter Reihe. Und die anderen sind ihm egal, Moschen übernehmen sie. Ja, soweit bist du leider nicht weg. Ja, aber ganz vorne steht halt Saladir und Steion und dahinter du und Joko. Ja, ich habe mir Joko fest, nein, Quatsch. Ja, das erste, was auch Joko schreit, ist beiseite. Gleich wird er Angreifen und staumelt panisch zurück. Ich habe mir doch gerade den Trepp runtergeworfen. Ich versuche ihn wieder zu finden, während du weitermachst. Und Dardan ist aus dem Spiel, ja? Nee, nee, Dardan ist auch noch dort. Wie ist deine erste Reaktion? Ihr seht da gerade eine Löwenfratze. Also eine Löwenfratze, was heißt denn Löwenfratze? Faucht die uns entgegen oder was macht die? Das Maul ist weit aufgerissen und das ist eine Momentaufnahme gerade. Eine Momentaufnahme. Dardan erschrickt und sagt, was zum bei Ingrim? Ja, der Jun versucht sofort seinen Hammer zu ziehen und ja, was macht Sadatir? Sadatir ist erstmal die Frage, ist der wieder bei Sinnen, weil er spontan einem Manticore gegenüber sitzt oder ist der noch in seinem Rauschzustand? Du bist noch in deinem Rauschzustand, aber es ist eine unmittelbare Gefahr und die ist klar, die anderen werden jetzt gleich abhauen und du wirst alleine dem Vieh gegenüberstehen. Also die erste Frage wäre, so Einschätzung, ist das echt, also lebt der oder ist das nur irgendwas, das so aussieht, also ist das ein echtes Tier? Das kommt gleich, das erzähl ich dir jetzt noch nicht. Ich will jetzt deine spontane... Ja, dann ist Sadatir geschockt und weicht tatsächlich erstmal zurück. Okay, gut. Ja, ihr tut das alle, während Yuko halt schreiend mehrere Schritte nach hinten stolpert. Ja, bewegt sich diese Löwenkratze nicht. Das ist beruhigend. Und es ist auch kein Laut zu hören. Ja gut, dann würde Sadatir tatsächlich sich das näher angucken wollen und eben einschätzen wollen, ist das echt oder ist das eher eine Statue? Es ist eine übergroße Statue von einem Manticore. Ja gut, dann wird er sich kurz sammeln und dann durch den Gang treten, der da freigemacht worden ist, um sich das anzugucken. Weil ich bin ja nach wie vor der Einzige, der hier was tut, ne? Richtig. Du hast aber keine Lichtfelle dabei, es ist dir klar, ja? Naja, von hinten, was halt da kommt, ne? Naja, der Jun hatte die eine, also die zweite Fackel und, äh, oder Latane und die hat garantiert hier noch irgendwo bei sich. Ja, ja. Aber da Sadatir über Dunkelsicht verfügt und hinter ihm Licht ist, weil das ist ja nicht weit, das sind zwei Meter, ist da genug Licht, also ja. Ansonsten wäre der nächste Ding gewesen, schon wieder den armsten Jun anzuherrschen, dass der mit dem Licht mal rankommen soll, aber wenn ich genug sehe, dann nicht. Also, um es genau zu untersuchen, wird das Licht nicht reichen, aber so den ersten Blick drauf zu werfen, äh, reicht das nicht völlig. Also, Dardan späht euch die Tür so ein bisschen hinterher, was du da so machst und ob du zu Schaden kommst. Dann wird Sadatir so das, äh, euch einfach und das, das ist eine Statue, ihr Feiglinge. Okay, Dardan schaut sich zu, äh, der Jun, um, der das gehört hat, nehm ich an. Oh, klar. Und sagt, mein großer Freund, komm, lass uns mal reingehen. Ähm, okay. Ihr habt die Laterner dabei. Du kannst doch gerne die Laterner haben. Habt ihr etwa Angst? Ich? Nein. Na dann, na dann, also bitte. Das wollte ich doch nur hören. Weil es ist ja ja gerade niemand, der Stump macht im Raum, weil, äh, Yuko und die zwei Dordons, die sind ja friedlich. Ja, Sadatir macht immer noch Stump. Ja, aber dem gehen wir ja hinterher, ich meine, in dem Altarraum lassen wir jetzt niemanden im Dunkel zurück, der Stump macht. Die, ähm, Dordons und Yuko könnten es jetzt sehr dunkel finden. Und ich weiß nicht, wie die, wie die reagieren. Yuko kommt mit, äh, zwar mit, äh, einigen Schritt Abstand zu dir, aber, äh, der will nicht alleine im Dunkeln bleiben. Und die Dordons, was meinen die? Die haben sich hingesetzt, weil jetzt ist hier keiner mehr da und, äh, ja. Mhm. Macht nix. Hat Yuko in den letzten Stunden genug getrunken, dass seine Hose jetzt schon wieder nass ist? Nein, äh, er hatte so einen Schreck gekriegt, dass, äh, er sogar das Pinkeln vergessen hat. Nein, also er hat sich nicht eingenäßt diesmal. Ähm, ja gut, ihr seid alle bei dem, ja, bei der Statue, äh, drinnen. Ohje. Äh, und Moment. Ähm, macht mal bitte, Datan, eine Menschenkenntnisprobe. Das ist nicht dein Ernst. Okay, ohne Abweichungen. Ja. Du sollst dem Antichor jetzt ansehen, dass er sich mit großer... Ja, die bestellt sind geliefert, aber ganz knapp nur. Äh, Moment. Dass der sich mit großer Mühe nur stumm schaltet. Der wartet nur darauf, dass ihr jetzt gleich an ihm vorbeiläuft. Das ist so ein Pantomime, alles klar. Da steht Misslungen, nicht Gelungen. Ja, ich weiß, ich hab, aber es ist nur ganz knapp Misslungen, das hab ich gesagt. Ja, äh, okay, dann, äh, nee. Nee, nichts. Ähm, gut, dann dürft ihr nochmal diesmal Datan, plus minus null, und Saladin, erschwert um zwei, äh, eine Probe auf Götter und Kulte machen. Hm. Kann ich nicht einfach auf, äh, auf, auf Sagen und Legenden? Nein. Warum nicht? Erschwert um zwei, hattest du gesagt? Ja. Äh, ist doch nix. Ich hab's gesagt. Ich nicht. Gut. Äh, das hältst du für eins. Gut. Ähm, ja. Ja, da wartest du. Was dir einfällt oder auffällt, ist, äh, die Manticore-Statue stellt Kor dar. Mythologisch ein Halbgott, Sohn Rondras und Gott der Söldner, des Kampfrausches, des Blutes, des Zorns und der Gnadenlosigkeit. Das kommt dir in den Sinn. Die kommt auch in den Sinn, dass Retsan vorhin explizit gefragt hat, ob ihr einen Manticore gesehen hättet oder so. Genau. Äh, Datan guckt nach oben und streicht sich so mit der Hand, so über die Haare, so von der Stirn anfangen bis in den Hinterkopf, also zum Hinterkopf. Und sagt dann nach einem Augenblick, ähm, das, das ist Kor. Was? Also, offensichtlich, guckt ihr ja die Statue an, ne? Hm, wie, wie reagiert Saladir da gerade drauf, also, so mit seinem Rauschzustand und ähnlichem? So, dann erzähl mir mal was, was ich noch nicht weiß. Hm. Dann wird Saladir das einfach mehr oder weniger ignorieren, dass Datan da mal wieder nur wie so eine Ölgötze rumsteht und, äh, sich, äh, den Raum angucken. Also, ist, wie groß ist der Raum, kann man um die Statue rumgehen, geht's da irgendwo noch weiter, also, so, ist dieser, dieser Schatten, den ich ja suche, ich hier, hier irgendwo in irgendeiner Ecke? Ne, der Schatten ist hier nirgendwo in der Ecke. Ähm, wäre möglich, dass der Schatten auf einmal gewachsen ist und dass das die Statue ist, aber unwahrscheinlich. Ähm, der Raum selber ist nicht sonderlich groß, äh, die Statue ist, mehr oder weniger, Press an der Wand. Ähm, und bis auf die Statue ist hier nichts in diesem Raum drin. Die Statue ist fast dreimal so groß wie ihr. Die ist riesengroß. Mhm. Ähm, fällt an der Statue irgendwas auf, also, so sieht die irgendwie besonders aus, hat die, weiß ich nicht, versteckte Schalter, kann man den Arm bewegen? Ähm, mach mal eine Sinneschärfe pro Besicht, er schwert um vier bei dir. Eieiei, er schwert um vier. Ähm. Das schaffst du. Willst du es heute mal wissen, oder? Mhm. Ne, dir fällt nichts auf. Ja, dann, äh, bin ich ratlos. Dardan wirft den Blick zu Stajun und zu, ähm, Juko. Wie es denen geht, wie die reagieren, was sie machen. Ähm, Juko schaut immer noch etwas ängstlich und Stajun eher etwas, äh, fragen. Und nun? Eine Statue. Toll. Kann ich mir irgendeinen rein drauf machen, aufgrund meiner jüngsten, ab meiner jüngsten Erkenntnis zu Gewinne. Ne, oder? Nur das, was du jetzt weißt. Wie gesagt, dass die Statue im Chor darstellen soll und, ja, das ist quasi alles. Dann bitte ich Stajun mal um die Laterne, um mal, also um die Statue herumzugehen, geht nicht, hast du gesagt, weil sie an der Wand, also ist es, also ist es, also ist es eine Relief oder ist es wirklich dann einfach nur befestigt? Nö, du bist es nicht befestigt, die ist nur sehr stark an die Wand, äh, zurückgeschoben. Also, du kannst links und rechts an ihr vorbeilaufen, aber halt nicht hinter ihr. Okay. Ja, da würde man die Laterne auch nach oben heben, damit man das alles ein bisschen besser ausleuchten kann und sich die mal angucken. Also, du siehst, die Statue ist sehr filigran gearbeitet, also, dass ihr euch so am Anfang erschrocken habt, ist auch die gute Stein-Kunstbearbeitung zurückzuführen, weil das Ding sieht halt wirklich aus wie ein richtiger Mantikor. Also, ziemlich gut. Und du machst mal bitte auch eine Probe auf Sinnesschärfe. Sicht, ähm, bei dir ist es um eins erschwert. Cool ist eins. Mit einer 1 oder 20, aber hebt sich ja auf. Naja, schade. Ähm, ja. Das heißt, ja, schade, dass ich die 20 nicht hatte, oder was? Nein, dass du es nicht höher geschafft hast. Egal. Ähm, ja, du guckst dir die Statue genauer an und dir fällt etwas auf. Und zwar ist die Statue am Kopf und am Fuß mit eingetrockneten Blutspritzern überzogen. Am Kopf? Also am Maul oder wo am Kopf? Ja, ja, generell am Kopf. Also nicht so, als wenn er irgendwas gefressen hätte, sondern, ja, das ist, als wenn jemand die Statue besprenkelt hätte, so nach dem Motto. Mhm. Aber halt mit eingetrocknetem Blut. Naja, klar. Und zudem fällt dir auf, dass in der Flanke von dem Manticor eine, äh, äh, eine Streitachste steckt. Und zwar im Stein drin. Habe ich den Eindruck, dass das Teil des Kunstwerks ist, oder ist das hinterher als, als, äh, Akt der Barbarei, äh, passiert? Die Statue an sich ist aus Stein. Ja. Und die Axt ist echt. Ja, eben. Deswegen stelle ich dir die Frage, ob ich einen Eindruck habe, was es, in welche Richtung es geht, oder ob ich den nicht habe. Du siehst nur, dass da in der Flanke von dem Vieh eine Streitachsteckst. In den Stein reingetrieben. Mhm. Seinbar mit viel Gewalt. Mhm. Die guck ich mir näher an. Geh nochmals hin und leuchtet sie an. Ist eine schöne Axt. Mhm. Wie, wo, ist die bei mir in den Griff weiter aus, oder ist sie so hoch, weil sie ist ja höher, die Statue, als wir, dass ich da gar nicht rankomme. Nee, du kommst an, du könntest an den Stiel kommen und ziehen. Das, das würde gehen. Mhm. Ähm, ich mach mal einen Wurf. Mhm. Ja, ich, äh, versuch, die rauszuziehen. Einfach so. Weil die da aus meiner Sicht nicht hingehört. Dann bitte einmal Kraftakt erschwert um eins. Kann Dardan auf Sagen und Legenden würfeln, ob er die Geschichte mit der Maus und dem Löwen mit dem Splitter in der Pfote kennt? Nein. Kraftakt. Erschwert um eins, genau. Jetzt wird es der Junge gleich lachen. Siehste? Ich häng da dran. Ja, du packst die, 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 die Axt an und ziehst und ziehst und es bewegt sich keinen Millimeter. Ich guck zu Sustayun und Saladir. Vor allen Dingen erstmal zu Saladir, wie er darauf reagiert. Er nimmt dir deinen Loot weg, töte ihn. Saladir schnaubt, ihr seid auch zu nichts zu gebrauchen. Aber wirklich. Außer zum Brecheisen tragen. Ja, das hab ja immer noch ich. Ja, aber wer hat's hierher geschafft? Auf eins muss er ja gut sein, ne? Wenn ihr sonst so nichts zu gebrauchen seid. Dann zieht ihr doch mal. Nun gut, wenn ihr meint. Ich geb aber mein Brecheisen, ja, das kannst du besser ziehen. Ich lass das Brecheisen einfach fallen. Ich hebe es knurrend wieder auf und verstaue es in meiner, äh, umhängigen Tasche. Ja, dann von Saladir bitte auch eine Kraftaktprobe erschwert um eins. Das Schöne ist ja, dass Saladir zumindest die ganze Zeit überschüttelt bleibt und da hat er nie. Haha, mit einer Eins. Wow. Ja, Saladir, nachdem, äh, ja, dieser Hempfling es natürlich nicht geschafft hat, äh, packst du das Ding an und, ja, du merkst, es löst sich und, ja, auf einmal hast du diese Streitachs in der Hand. Das war doch gar nicht so schwer, was, ich weiß gar nicht, was euer Problem war. Nochmal, äh, blöde Frage von mir, eine Streitachse ist eine einhändige Axt oder eine zweihändige Axt? Eine, lass mich jetzt nicht lügen, zweihändige, wenn ich mich jetzt nicht irre, Moment, ich guck schnell nochmal nach. Aber es sollte eine zweihändige sein. Also die hat eine Klinge vorne und eine Klinge hinten, demzufolge. Ne, damit ist die einhändige dann, glaub ich, gemeint. Ja. Das ist eine Einhand, okay. Eine Einhändige. Gut. Ja. Okay, und, ja, Saladier, du fühlst dich mächtig und stark, du hast gerade immerhin, ja, eine Axt aus dem Stein gezogen. Mhm. Du warst doch nur, du warst der Einzige, der das nur schaffen konnte, die anderen sind ja für nichts zu gebrauchen. Ja, klar, natürlich. Ja, dann stecke ich die erstmal irgendwo weg, also, weiß ich nicht, vielleicht habe ich noch eine Gürtelschlaufe oder was, wo ich die parken kann. Ja, am Gürtel kannst du reinstecken. Ja, und dann würde ich mir die Stelle nochmal angucken, wo die drinsteckt, ob da noch spontan irgendwas zu sehen ist. Ne, du siehst da nur den Einschlagkrater, wo die Axt getroffen hat. So, bitteschön. Scheibe mit viel Wucht. So, bitteschön, was auch immer er erreichen wollte, die Axt ist raus. Ja, die hat da nicht hingepasst. Ist alles aus Stein und die Axt ist echt, das ist doch komisch. Er wollte sie nur wieder klauen. Ja, deswegen habe ich sie eingesteckt. Mhm. Ja. Nun, der Schatten ist nicht hier, dann müssen wir auf die andere Seite, zur Treppe. Äh, Stein, äh, kommt mit, äh, wird, äh, versuchen, äh, mir das Brecheisen von Dathan zurückzunehmen, das er wahrscheinlich noch in der Hand hat. Das habe ich verstaut. Und, äh, dann, Dathan, euer Brecheisen, wir müssen den anderen Weg, äh, irgendwo muss der Schatten sein. Dathan, überlegt kurz und gibt dir das Brecheisen dann. Ja, Stein, wir brauchen Licht. Ich habe die Laterne. Das hat Dathan. Ja, dann, wir müssen jetzt den anderen Weg aufmachen. Irgendwo muss der Schatten sein. Ja, was ist mit der Statue hier? Die ist erstmal keine Gefahr, die wird uns schon nicht hinterherlaufen. Okay, ignorieren wir sie. Er guckt etwas ratlos zu Dathan. Dathan zuckt bei den Schultern. Der Saladir ist im Ego-Trip, der sucht seinen Schatten. Ja. Gut, Dathan, was machst du? Folgst du Saladir oder was tust du? Ich habe die Laterne, die würde ich ungern weggeben. Ich folge ihm folglich. Okay, gut. Ja, ihr folgt, äh, ihr geht jetzt. Aber die Frage ist, wo er hin will. Dathan hat jetzt verstanden, er will die Treppe hoch. Wenn er jetzt zu den Gräbern gehen würde, dann müsste ich reagieren. Nee, nee, also bei den Gräbern im Prinzip da die Treppe hoch, wo du hier festgestellt hast, da ist verschüttelt. Ja, ja, das ist alles in Ordnung. Ich wollte es nur nochmal klarstellen, dass ich das so verstanden habe. Und wenn du jetzt abbiegst, dann, ne, dann werden Dinge passieren. Nee, das ist das Ziel. Weil da soll ja aufgemacht werden. Ja. Genau. So, dann einmal kurz, äh, stopp, stopp. So. Gut, ähm, ja. Ja, ihr lauft also Richtung Treppe. Dann springen wir noch einmal zu den anderen. Und zur Dottora. Genau. Die müsst ihr da auch angekommen sein inzwischen. Genau. Ja, also ihr habt das Grab geöffnet, äh, habt euch ein bisschen drüber unterhalten. Und, ja, ihr hört jetzt von hinten, äh, Dottora ankommen und, äh, ja, sich auch lautstark beschweren, dass hier alles, äh, ja, niemand zu gebrauchen ist, dass, ja, jemand mit Wissen mal hier die Führung übernehmen sollte. Und warum alle denn auch so unfähige Töpel hören. Ja. Vielen rechland, Nimru. Viel Spaß. Rechland kommt Nimru einfach an und sagt, du kannst dich an nichts erinnern, als du so aufgeladen warst, richtig? Als du so wütend warst. Korrigiert er sich selbst. Nein, ist irgendwie weg. Dann ignorieren wir sie, solange sie uns nicht dazwischen kommt. Du meinst einfach schnattern lassen? Einfach machen, ja. Hab ich vorhin auch gemacht, als ich den Altar untersucht hab. Wie gehen sie immer aufregen und mit Armen wedeln? Retsan lacht tatsächlich. Also nicht laut aus vollem Hals, aber es ist mehr als so ein leises in sich hinein. Also wirklich mit offenem Mund. Den fand er sehr gut. Und dadurch, dass er ihn von Nimru so trocken nicht erwartet hätte, war er noch besser. Nimru bemerkt, dass sie das richtig gemacht hat mit diesem Dicken Humor. Und lacht auch leise. Solange sie nicht beißt, alles gut. Also, als nächster Dinda? Äh, den anderen angeknackt, ne? Ja. Einen Moment noch. Hey, Dottora. Ja, sie wendet sich um und... Was denn? Na, alte Knochen. Ich hab keine Ahnung davon. Du schon. Schaust du mal? Natürlich habt ihr keine Ahnung davon. Ihr seid ja auch zu dicht zu gebrauchen. Ja, deswegen du schon. Schau mal Knochen an. Ich bin eine Expertenaufgabe wie Steine, nicht Knochen. Soll ich mir die in die Haare binden oder was soll ich damit machen? Äh, Retsan geht mit der Laterne schon mal vor. Alter bestimmen. Wie bei Steinen. Sehe ich auch wie ein Laufbursche für euch? Wenn ihr das wissen wollt, guckt euch die Knochen selber an. Und sie wendet sich einen der Altäre zu und fängt da an, den zu untersuchen. Gut, auch gut. Hab ich auch keine Ahnung. Sarkophage. Sie zinkert Retsan zu, nimmt sich einen anderen vor, der von der Doktora etwas entfernt ist und würde jetzt versuchen, die Platte... Also Retsan hat er auf einen gedeutet, als er gesagt hat, er am besten den anderen angeknackst, denn er weiß ja, dass es hier noch einen zweiten gibt, weil... Also so hab ich das verstanden, dass Nimru ja vorhin quasi so an der Bruchstelle, die es schon gab, den dann halt zerteilt hat und dass es dadurch für sie leichter war. Genau, das ist die Nummer... ...4? Ähm, das ist die, wo die Statue mit einem Schild und einer Streitachse davor steht. Mhm. Ist das Schild gut? Nein, das ist Statue. Ah, schade. Dann würde Nimru sich da zu schaffen machen. Okay, dann einmal Kraftabt. Abzug? Ne. 1 und 20. Warum schaffe ich das immer im Doppelpack? Sei froh. Ich wollte gerade sagen, glaub mir, nur mit 20 ist auch scheiße. Nur, ja, Nimru schafft ja die meisten Proben, wo eine 20 dabei ist, von daher... Ja, ähm, ja, es dauert nicht lange, dann, ja, knackt auch hier wieder der Deckel in zwei und, ja, du räumst auch diesen beiseite. Und, ja, als er reinleuchtet, seht ihr ein modriges, altes Schild. Äh, wieder einen Beutel. Ähm, eine Weinflasche. Äh... Und eine Streit-Axt. Streit-Axt. Während Nimru da am, am, äh, schieben und werkeln ist, die 10 Sekunden oder so, die das vermutlich wenigstens dauert, ähm, schließt Retzland die Augen, äh, schickt quasi ein, ein Stoßgebet, mehr oder weniger in Richtung Chor, auch wenn er mit dem noch nie geredet hat. Ähm, ähm, und, äh, mehr für sich selbst, aber trotzdem halt so quasi, äh, für das Gesamtgefühl gesagt, dann, also halt nochmal hier, ne, ähm, für die Lebenden, dass wir hier, hier herauskommen. Die Streit-Axt macht, äh, äh, sinnvoll nutzbar aus, also sieht die noch heile aus. Auge dich. Also wenn du sie in die Hand nimmst, oder lässt es liegen, weil dafür musst du sie dir genau untersuchen. Nimm sie in die Hand. Ja, als du den, den Holzgriff anfasst, äh, zerbröselt der mehr oder weniger in deiner Hand. Das Axtblatt selber ist Metall, ist ein bisschen angelaufen, also, deine ist besser. Im Ruf seufzt, nur mit nem Axtblatt kann sie nicht viel anfangen. Ja. Gerade, schöne Axt, hätte noch mehr kämpfen können, nicht bei Toten liegen. Was, was ist in dem Beutel, in dem, äh, das, bei dem anderen waren in dem Beutel die Violen. Ich guck. Die guckt in den Beutel. Gut, auch hier siehst du wieder einen, einen schimmeligen Haufen. Ja, der wird wieder achtlos zur Seite geworfen. Ähm, und, äh, auch wieder zwei Violen, diesmal grün und lila. Die Violen werden Rätsel angegeben. Mhm. Ist da auch wieder ne Münze? Ähm, ne, sechs Münzen sogar. Sie nimmt die Münze, packt fünf in ihren Beutel und ein, geht sie in Richtung Dottora. Ihr habt was gefunden, ist zwar nur Münze, aber vielleicht interessant für Gelehrte? Jetzt soll ich mich an eurem Schänden und der Gräber auch noch beteiligen. Wenn euch ein Fluch erwischt, dann erwischt er nur euch. Bleibt mir davon anbleiben. Du, du willst nicht haben. Okay. Ich steck die Münze auch rein. Geht wieder zurück zum Grab und guckt, ob da noch irgendwas Brauchbares ist. Ein Zahnstocher für Daten oder... Ja, wie gesagt, noch ein, ein motriges Schild und die Weinflasche noch. Wärtsam, meinst du Wein noch gut? Mhm. Also ich sag mal so, mit meinem Outgame-Wissen über Wein wäre es mir nur bewusst, dass also wirklich die aller, aller, aller teuerst besten Weine tatsächlich Jahrhunderte lagern können und dadurch nicht zu Essigwasser werden. Retzan hat einen sehr guten Wert in Zechen und wüsste dann vermutlich, ob es so etwas in der DSA-Welt auch gibt. Es gibt Weine, die mit der Zeit besser werden, ja. Und es gibt aber auch genug Weine, die schlecht werden. Ja. Also du nimmst die Flasche in die Hand und untersuchst sie? Nein, 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 die Flasche nehme ich nicht in die Hand. Äh, Retzan denkt, ähm, denkt nur wirklich kurz nach und sagt, ähm, unwahrscheinlich. Das müssten schon die allerteuersten Weine sein und das wäre eher Raja als Chor. Also lassen wir sie den tun. Äh, gut. Äh, nächster? Und er guckt sich die Fiolen an. Da willst du auch eine Münze sehen. Äh, Münze? Er hat sofort auf die Fiolen geachtet. Er hat gar nicht gemerkt, dass du dir fünf Stück eingesteckt hast. Die greift in ihren Beutel und versucht eine von den alten zu finden und gibt sie ihm dann. Okay, ähm, dann warte kurz. Äh, ich gucke mir die Fiolen an und während du, wenn du den nächsten öffnest, dann, äh, äh, also wenn ich mit den Fiolen fertig bin, dann kannst du den nächsten öffnen, ja? Gut. Gut. Also welche, inkockst du zuerst von den Fiolen? Ähm, du hast gesagt eine grüne und eine liederne. Äh, da er davon ausgeht, dass das liederne das gleiche sein könnte, dass er es da also wieder nicht identifizieren kann, würde er sich erst dem grünen widmen. Okay, du inkockst ihn und, ja, kannst einmal eine Alchemieprobe machen. Waffen, äh, erschwert um zwei. Mhm. Ähm, die 19 würfel ich nochmal. Mhm. Komm, bitte eins immer hin. Ja, und, äh, es ist auch eine Qualitätsstufe zwei mit einer Eins geworden. Mhm. Ja, ähm, es handelt sich scheinbar um ein Waffengift. Es ist recht zähflüssig und so weiter, also es passt nicht zu einem Trank, den man schluckt. Mhm. Aber um was für ein Waffengift es sich handelt, erkennst du leider nicht. Hm, aber ich kann ausschließen, dass es, äh, Goldleim ist. Ähm, wäre es Kelmon, Merach-Extrakt oder Schlafgift, würde ich es vermutlich erkennen, weil die Rezepte kenne ich auch. Äh, Moment, dann muss ich nochmal schnell. Weil dann sind auch entsprechend die Analyseproben nämlich erleichtert, wenn man das Rezept kennt. Also, äh, zäh, zäh. Nicht, dass Retzan Gifte kennen würde, aber... Zähl nochmal bitte auf, welche du kennst. Kelmon, Merach-Extrakt und Schlafgift. Nee, keins von denen. Okay. Äh, dann würde Retzan auch sagen, ähm, es ist ein Waffengift. So wie das, was ich dir vor dem Kampf gegen Travian auf dem Turnierfeld gegeben habe. Aber ich weiß nicht welches, das ist keins, das ich kenne. Also, wieder vorsichtig auf Klinge ohne anfassen? Genau, genau so, ja. Äh, er verkorkt es wieder und... Als du es wieder verkorken willst, äh, zerbröselt sich der Korken. Ich dachte, das wäre so ein Glas... Nein. Äh, Korken quasi, okay. Ähm... Kaputt. Ja. Dann wieder Tote entgeben. Äh, lassen wir es, also behalten wir es erstmal und gucken, ob wir es noch irgendwie zumachen können. Hast du noch Korken in, in deinem Koffer? Äh, da müsste mir jetzt der Meister sagen, ob er mir so etwas zugeschn- Aber Moment, 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 Moment. Du hast leere Violen. Ich wollte gerade sagen, äh, ja, witzig. Nee, du hattest's. Ja, ja, ich gucke gerade noch, weil die leeren sind nämlich weg. Du hattest leere Violen. Das ist sehr hilfreich. Das ist so ein fieser Möpp, der weiß da. Du hattest leere Violen. So, wer dir dein Gepäck nicht abhalten bekommen, hättest du vielleicht auch noch welche. Mach bestimmt auch Korken dabei. Ja, bei den leeren Violen sind natürlich Korken, aber um sie zu verschließen. Das heißt, nein, du hast leider keine mehr. Okay. Ähm, dann würde er sagen, nein, aber vielleicht fällt uns noch was ein. Und dann widmet er sich der andere Probe. Möchtest du bitte eine Klugheitsprobe würfeln? Nein, möchte ich gerade nicht. Ich möchte eine Alchemie-Kunde-Probe würfeln. Gut, wie du möchtest. So hätte ich dir einen Tipp gegeben. Gut, also du behältst also... Und zwar nicht den, den du glaubst. Er hat gesagt nein. Okay. Ähm, ja, also behältst du dir jetzt in der Hand oder was machst du mit dem Ding? Weil wenn du es irgendwo hinstellen willst, äh, schwierig. Also erst, erst, momentan hat Rezan in seinen zwei ganzen Händen, ähm, die Laterne steht ja nun mal auf dem, auf dem Sarkophag. Das heißt, er hat in der eine eine Fiole, in der anderen eine Fiole und in einer noch so, noch die Münze mit dabei. Das, das kann man durchaus beides in der Hand behalten. Gut. Nee, mir ging es jetzt dann nur darum, wo der offene Tank ist. Ja, nee, nee, in der Hand. In der Hand, gut. Gut, du willst, ja, du willst das andere Ding angucken, ähm, ja. Machst also den Korken auch ab? Ja. Okay. Ähm, ja, da du vorhin deine Probe so phänomenal verkackt hast, äh, erlaube ich dir jetzt gerade keine Probe drauf, äh, auch hier kannst du es nicht entziffern. Gut, aber dann weiß ich, dass es das gleiche ist wie vorhin. Ja, es sieht identisch aus, ja. Gut, okay. Weil es hat ja, es gibt ja mehr, mehrere Tränke auf der Welt, die lilan sind, genauso wie es auch mehrere gibt, die rot oder grün sind. Ja, aber du hast, du hast einen recht hohen Intelligenzwert, ne? Äh, ich bin mir, ich bin der Meinung, er ist 14, also ja. Hm, dann würf er mal auf Intelligenz. Er will das nicht wissen. Jetzt hat er doch lila Tränke, ist schwierig. Ja. Ja, also, ja, also, der ist lila, ähm, es scheint aber ein komplett anderer Frank zu sein. Nimru erkennt die Farbe ja auch, oder? Mhm. Ne, du, du hattest ihn ja, aber du, äh, also du bist ja erst wieder zugekommen, als du den schon getrunken hattest. Hm. Stimmt. Für dich, ein lilaner Frank hat er an der Hand. Ähm. Aber leck, lila, steilung, nicht. Sie guckt auf den, was kann der? Es könnte, also du siehst, dass Rezan relativ ratlos ist, ähm, es könnte der gleiche sein, wie die... Ne, du hast deine 20 gesöffelt, du bist ja davon überzeugt, er macht was anderes. Okay, gut, ich dachte, das wäre jetzt durch den, durch den, in Anführungszeichen, Bestätigungswurf, den du ja bei einer 20 immer noch haben willst, mit einer 5 dann nicht so schlimm. Ja, ja, deswegen gehst du nur davon aus, dass es, er ist immer noch, äh, was Gutes, aber du, ja. Es, äh, ich weiß es nicht. Ist Gift? Wenn, dann keins, das ich kenne. Ich weiß es einfach nicht. Ich, es ist bestimmt, ich, ich glaube nicht, dass es ein Heiltrank ist, ähm, aber ich weiß es nicht. Ähnlich wie bei dem, den du vorhin hattest, ich glaube, es ist ein anderer, aber ich weiß es nicht. Ist Farbe gleich? Äh, er, er sieht ähnlich aus, ja, aber... Er scheint ein bisschen heller zu sein. Nimm Ruhe, schaut einmal zu der Tora rüber, schaut dich fragend an, schaut wieder zu der Tora rüber. Der Retsan schüttelt den Kopf, sehr, sehr entschieden. Ach, na gut, weitermachen also. Er stellt jetzt, ähm, quasi, er geht sozusagen ganz bis zur Wand und stellt dort dann also auf die hintere Ecke von dem Sarkophag die beiden entkorkten Fläschchen und, äh, nimmt sich dann wieder die Laterne und, äh, stellt sich neben Nimru, damit er ihr leuchtet, während er sich die Münze anguckt. Mach mal bitte eine Gewandtheitsprobe, ob du sie nicht auszusehen umkippst dabei. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ihr habt sie beide aufgemacht, äh, es ist eine Möglichkeit, dass sie verloren gehen. Ich hab auch hier die ganze Zeit eine Laterne, die eine weitaus größere untere Oberfläche hat, auf diesen, auf diesen Rändern abgestellt, ohne dass sie umgefallen ist. Ja, gerade weil es eine größere Fläche hat. Das kippt nicht so schnell um. Du wolltest ja keinen Klugheitswurf würfeln vorhin. Aber er hat eine Erleichterung, er stellt häufiger Fiolen ab. Das sind nicht die Fiolen, die er kennt. Das darf ich dann wenigstens auf Fingerfertigkeit würfeln, weil wenn du mir schon eine sinnlose Probe gibst, dann wird es wenigstens eine, bei der die Eigenschaft wenigstens damit zu tun hat. Dann mach Fingerfertigkeit. Gewandtheit oder Fingerfertigkeit ist mir egal. Gibt einfach nur die Chance. Geschafft. Gut. Du stellst sie hin und, ja. Wow, ich hab erfolgreich zwei kleine Fläschchen irgendwo hingestellt, ohne dass sie umgefallen sind. Was für ein Held ich bin. Möchtest du? Möchtest du? Bei Nemo wäre das eine Kunst. Bei einem Alchemisten? Möchtest du jetzt, da du mit diesen offenen Fläschchen hantierst, nochmal einen Klugheitswurf würfeln? Ja. Bitte. Ich bin gerade sehr gut dabei mit Klugheitswürfeln. Doch, fast die 19. Dir fällt ein, weil du es weißt und dich daran erinnern kannst, dass Dardan zwei Fiolen hatte und deren Inhalt leer ist und so, wie ich das verstanden habe, sind die wieder verschließbar. Ja, aber... Also Dardan hat zwei... Dir fällt einfach nur ein, du musst dir nichts dazu sagen. Dir fällt ein, dass Dardan zwei leere Fiolen hat, die man verschließen kann. Punkt. Mehr würde ich dir nicht sagen. Ja, werde ich aber. Gut. Okay, äh, was soll jetzt zuerst passieren? Soll ich eine Probe würfeln, weil ich mir die Münze angucke oder einen Nimmruf für das Aufschieben von dem nächsten Ding? Keine Idee, wir können auch kurz noch bei dir bleiben. Ja gut, du schaust dir die Münze an. Einen Geschichtsruf, bitte. Danke. Erschwert um zwei. Okay. Ich meine, kann eh nichts werden, aber... Mach's mal. Nimmruf hat auch keine Ahnung, was man mit den Fläschchen machen sollte. Nimmruf war nicht weiter überrascht. Das ist eine alte Münze. Ja. Klar, habe ich auch damit gerechnet, dass das in etwa Rezerns Wissensbereich ist. Hey, die ist im letzten Jahr, wie kann denn das sein? Nein, also, du erkennst schon, dass sie alt ist. Ja, schon klar. Ziemlich alt. Schon klar. Okay, dann, ja. Nimmruf, ihr wollt das nächste Grab plündern? Ja. Welches? Jetzt gibt's keine mehr mit angeknacksten Deckeln. Ich stehe daneben. Also, ich hätte jetzt gedacht, quasi einfach nur einmal um 180 Grad drehen, oder? Also, wir waren quasi jetzt an der... Achso, nee, stimmt, dass dahinter ist ja das, was wir schon offen hatten, ne? Die sind auch offen, ja. Ah, ja, okay. Ja, das ist nicht ganz so leicht zu sehen bei der Übertragung. Einfach einen, der angrenzt. Ja. Der weiter von Dottora weg ist, weil ich möchte ja nicht aus Versehen Steine auf die Füße werfen. Dann müsstet ihr ans andere Ende gehen. Also, ihr habt jetzt noch eins, zwei, die ganz vorne sind, da wo auch Dottora sind, und ganz hinten sieben und acht. Bei den anderen habt ihr jeweils schon den hinteren geöffnet. Ja, dann nehmen wir halt jeweils den vorderen. Ja, okay. Dann habt ihr die Nummer drei. Uhuhu. Was befindet sich in der Tornummer drei? Richtig. Eine Kraftaktprobe erschwert um eins. Ach, guck mal hin. Ich hab jetzt nicht um eins erschwert, aber ich würde sagen, es ist eigentlich unnötig, dass ich weitere Kraft abhoben würfel hier. Gut, die Nummer drei. Genau, also mit der Startuhr, die genau gegenübersteht, sprich, auch die hat eine Streitax und ein Schild in der Hand, die Startuhr vorne. Ja, dauert nicht lange. Auch hier knackt es dann wieder, brauchst ein bisschen mehr Kraft. Und ja, schiebst die Sachen beiseite und findest dort drinnen ebenfalls ein vermodetes Schild, wieder ein Beutel, eine Weinflasche, die aber scheinbar gesprungen ist. Ähm, mehrere Glassplitter und auch hier eine Streitaxt. Hm. Die Axt noch brauchbar? Selber nimmst du in die Hand und das Holz zerfällt mehr oder weniger in deinen Händen. Schade. Äh, Beutelflaschen? Du machst den Beutel auf, auch hier wieder ein schimmliger Haufen. Ja, wo es weggeworfen wird. Genau, und findest hier, ähm, drei Fiolen. Äh, nee, zwei Fiolen. Eine lila und eine rote. Werden Retzan in die Hand gedrückt. Und fünf alte Münzen. Werden eingesteckt. Okay. Gleiches Verfahren wie immer. Also, Retzan hat sich die alte, oder hat die alte Münze auch dann auf dem Weg hierher wieder Nimru zurückgegeben. Mhm. Retzan hat sie ja zwölf alte Münzen. Mhm. Und er würde sich zuerst den roten angucken. Mhm. Du entkorkst den und, ja, machen wir eine Alchemieprobe. Äh, plus minus null. Ja, also selber kann ich die 19 nochmal würfeln, aber. Ja, also nochmal, äh. Drei Punkte, äh, nee. Also mindestens Qualitätsstufe 3 tendenziell eher besser. Ja, ähm, ja, das ist definitiv ein Heiltrank und wahrscheinlich einen, den du vorhin schon mal in der Hand hattest. Also so ähnlichen. Okay, also mit einer mittelmäßigen Wirkung, sag ich mal. Ja. Nimru beobachtet ihn kurz. Äh. Retzan. Ja. Wenn alle Fiolen offen, wir tragen alle Fiolen. Wir nur zwei Leute mit zwei Händen. Dottora gerade, glaub ich, nicht helfen. Mhm. Zur Not. Vielleicht später erst aufmachen? Nee. Retzan löst, äh, das von seiner Hüfte, was, äh, vor etwa 24 Stunden eine nicht ganz günstige Seidenscherpe war, aber durch diverse Abstürze, äh, in alles anderem als präsentablen Zustand ist. Ähm, also, oder er löst es nicht, aber er hält quasi so ein Ende davon, äh, in die Luft und sagt, einfach das hier zerreißen und reinstopfen als improvisierten Korken. Verreißen kann ich. Ja, aber nach, äh, nachher. Gut. Ähm, das hier ist wieder ein Heiltrank. Vermutlich einer so wie den, den du vorhin getrunken hattest, als du noch wütend warst. Ähm. Dann, wir sollten geben, äh, Sajun oder Kajid. Ähm, ja, wenn wir wissen, wie viele wir haben, können wir gucken, wer welchen bekommt. Oder du? Wie guckt's, geht's dann einmal forschend an? Dann, wir brauchen tragen eine Wenige. Er sieht schon etwas mitgenommen aus, ja. Weniger offene Fjolden, weniger verschütteter Trank, wenn was schief geht. Wenn wir wissen, wie viele wir haben. Letzland geht davon aus, dass er auch die nächsten paar Violen hinstellen kann, ohne dass das Schicksal, äh, da seine Finger im Spiel hat. Äh, weil er es ja eben schließlich erfolgreich geschafft hat. Und, ähm, dass er nicht Gefahr läuft, äh, plötzlich hier laufend Tränke zu verschütten. Es kommt ein warmer Wind auf, woher auch immer. Und lässt offenstehende Flüssigkeiten in Rekordzeit verdunsten. Mhm. Oder, also, ich sag, weil ich sag mal so, in Charakter die Entscheidung getroffen, würde Letzland es so machen. Er würde quasi erstmal Bestandsaufnahme machen und dann, ähm, wenn er quasi weiß, okay, wir haben meinetwegen fünf Heiltränke, dann kann man durchaus ein bisschen großzügiger damit umgehen. Wenn der Meister mir jetzt sagt, dass ich tatsächlich jedes Mal nach jedem Grab diese Finger erstmal vorsichtig abstellen muss und jedes Mal eine 40% Chance habe, sie zu verschütten, dann müsste ich das auf Metagaming-Ebene entscheiden. Und du könntest auch einfach nicht alle Fläschchen aufmachen. Ja, aber dann kann ich sie nicht identifizieren. Ja. Letzland, erstmal sammeln. Wie geht's anderen drüben? Nicht zu lange wegbleiben. Ihr hört einen Schrei. Ich glaub, das war der kleine Junge. Ich bin kurz davor, Letzland sagen zu lassen, der schreit immer, um das einfach anfällig abzutun. Also, wenn der schreit, kann auch Spinne sein. Alles gut. Ja. Letzland stimmt dir da tatsächlich zu. Ihr hört nur, ähm, beiseite, gleich wird er angreifen. Ne, Letzland hört das nicht, der hat eingeschränkten Sinn gehört. Okay, du nicht, aber Nimo, du hörst das. Da Jun noch normal im Kopf, ja? Ja. Dann wird's schon gehen. Bloß nicht zum potenziellen Kampf gehen, wenn man Gräber plündern kann, gell? Ähm, Letzland überdenkt jetzt aber einiges, löst jetzt dann doch die, also er stellt die noch verkorkte Flasche einmal ab. Ähm, löst die, äh, Scherpe von, ähm, von seiner Hüfte und hält die Nimru hin und sagt, äh, mach bitte klein, dass ich die Fläschchen immer gleich verschließen kann. Gar nicht gut. Ja, also, Letzland denkt sich, das hab ich gesehen, denkt er sich und denkt zurück an den Zeitpunkt, äh, die Zeitpunkt T, als sie die Seile zerrissen hat. Äh, an dem mehrere Seile zerrissen wurden. Gut, also eine Seidenscherpe ist nicht so widerstandsfähig wie ein Seil, äh, da brauchst du nicht, wofür das Gelegenheit. Im Moment hat da irgendwie ein bisschen Spaß gehabt. Aber das Gute ist halt, dass Seide, ähm, soweit ich informiert bin, ähm, ähm, halt nicht gut Flüssigkeiten aufnimmt. Das heißt also, sie, äh, ist halt so als improvisierter Korken sehr gut. Das ist jetzt nicht, als würde man Küchenpapier da reinstecken, was das dann aufsaugt. Richtig, normaler Stoff würde sich damit vollsaugen. Äh, ne Seidenscherpe auch, aber es dauert deutlich länger. Ja, ja, also solange man das Ding nicht auf den Kopf stellt, passiert da zumindest nichts. Ja. Aber, äh, Ritzen? Ja. Also wir nehmen erstmal alle Tränke, gucken, ob drüben alle heile, also nicht kaputter, als wir sie verlassen haben. Und dann, äh... Das Problem ist, ich weiß, warum du rüber willst, aber alle, die drüben sind, oder zumindest viele, werden gegen das sein, was wir hier tun. Datan zum Beispiel wollte es nicht und Joko auch nicht. Was? Datan nicht? Ja, Datan nicht. Datan mochte aber, also er sagt da etwas leiser, Datan mochte die Gräber hier aber überhaupt nicht. Auch zu nicht. Datan unheimlich? Hm? Datan unheimlich? Datan ist auf jeden Fall unheimlich, aber sowas von. So heißt sogar der Nachteil, den er hat. Äh, ja, er wollte nicht lange hier sein. Ähm. Datan ronderglaubender. Nein. Rondglaubender? Der ist ein Horasio, das kannst du nicht ausschließen. Äh, Retsan schließt es aus. Okay. Oh. Man könnte darauf kommen, dass du eher faxgläubig bist. Warum denn? Weil du Handwerker bist. Äh, ich... Ah gut. Bei jeder Gelegenheit wird Ingrim angerufen. Ähm, also... Das ist doch alles hier... Das ist doch alles hier... Das macht mehr Spaß von Lebenden, denke ich. Das ist ein Rufmord, was hier passiert. Äh, Retsan würde jedenfalls, äh, vollenden. Äh... Also, andere nicht sagen, wo gefunden? Äh... Geheimfach in Archemie-Koffer? Nein. Ich... Ich... Ich war... Ich einen ja geöffnet, als ich... Ja. ...kopfverrückt war. Wir sollten hier... Ich einfach alle geöffnet, als ich kopfverrückt war. Und wir dann einfach gedacht... Ja, kann uns helfen. Wir helfen als Tote. Ja, aber wir müssen halt erst alle öffnen, bevor wir wieder zurückgehen. Weil wir können nicht hingehen, die bemerken, dass du wieder normal bist, und wieder zurückgehen und weiter öffnen. Wir öffnen alle? Ja. Wir nehmen alle Flaschen mit? Und drüben, du hast Tisch. Um alle Flaschen genauer anzugucken. Mh, ja, gut. Gute Idee, ja. Dein Tisch. Mhm. Okay, dann... Welchen wollt ihr als nächstes aufmachen? Einmal umdrehen und los. Also, das müsste dann, glaube ich, die Nummer 6 sein. Oder 5, je nachdem, von wo gezählt wird. 5. Also der, der direkt neben euch ist. Mhm. Okay. Ähm... Ja, auch hier dauert es nicht lange, bis der Deckel kracht. Du es beiseite räumst. Und drinnen siehst du einen alten Helm. Der schon sehr rostig ist. Und ja, der ist zwar aus Metall, sprich, man könnte ihn tragen, aber der sieht eher schlecht als recht aus. Ähm, wieder ein Beutel, ähm, wieder eine Weinflasche und ein Langschwert. Gretzern, kannst du kämpfen mit Schwert? Mh... Gretzern guckt sich dieses Schwert an. Großes Schwert. Musst du stark für sein. Ist ein einhändiges. Mh... Besser als mit gar nichts. Aber, nee, äh... Er deutet auf die Stelle, wo eben seine Seidenscherpe noch war. Ähm, ich kann es nicht tragen. Weil vorher hat er halt in die Scherpe ja seinen, äh, seinen Säbel in der Scheide gesteckt, dass das daran befestigt war. Hattest du stupfes Messer in Stoff, sonst Stoff kaputt. Was? Stoff geht kaputt, wenn Schwert scharf. Nein, also, äh, anders. Gretzern hatte ja einen Säbel, den aber in einer entsprechenden Scheide. Und diese Scheide war halt an dem, äh, an der, äh, Scherpe beschäftigt. Er hat auch einen Gürtel, aber er hat halt keine Scheide mehr, äh, wo er jetzt quasi das Schwert reinstecken könnte, um das an dem Gürtel zu befestigen. Bei der, bei der Seidenscherpe wäre das noch gegangen, aber halt nicht bei dem Ledergürtel. Ähm, musst, musst du wissen, musst du wissen. Ja, geht nicht, geht nicht. Äh, Beutel, bestimmt wieder schimmliges Dings drin. Machst den auf, ja, wieder schimmliges Brot drinne. Ähm, zwei Fiolen, Lieder und Rot und drei alte Münzen. Ich nehm Münzen, du Fiolen. Ja. Ich hoffe, ihr schreibt euch das mit, ne, welche Farben und so weiter. Ich gehe davon aus, dass der euch ein Misters tut. Sag mal so, es ist mir... Ich schreib mir nur die Münzen auf. Es ist mir fünf Sekunden, bevor Moschnes gesagt hat, eingefallen. Aber ich sollte es noch zusammen bekommen. Ich kann es uns auch nochmal sagen, welche ihr habt. Ja. Grün, lila, rot, lila, rot, lila. Äh, rot, lila ist weg. Ähm. Grün, lila. Moment, 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 Moment. Äh, Heiltrank habe ich ja einmal schon identifiziert, genauso wie Waffengift. Genau. Dann... Trank rot. Trank grün. Oder? Oder war der grüne jetzt schon das Waffengift? Der grüne war das Waffengift. Okay. Dann also trank rot, trank lila. Drei, drei lila eine Tränke hast du jetzt insgesamt. Einer davon schon offen. Ja, das passt. Mit jedem zwei Waren passt das. Ja. Hm? Genau. Äh, beziehungsweise halt während Nimbruder sich, äh, sich daran gemacht hat, das nächste zu öffnen, hat Rätseln dann schon mal die, äh, den einen geöffneten, den er zumindest hier gerade hat, schon verkorkt mit der Seide. Äh, die anderen beiden ist er jetzt nicht gerade extra holen gegangen oder so. Aber zumindest den einen Heiltrank, den er hier hat, äh, schon mal verstopft. Mhm, gut. Also insgesamt hast du abzüglich von denen die Nimbruder schon getrunken hat, äh, hast du, lass mich kurz nachgucken, eins, zwei, drei lila eine, zwei rote und ein grün. Mhm. Richtig. Und den einen roten und den grünen habe ich bereits identifiziert. Ja. Einen Heiltrank und als Waffengift. Voll nicht richtig. Ja. Genau. Gut. Ähm, ja. Dann, was wollt ihr tun? Zunächst, oder? Welcher jetzt? Äh, erstmal jetzt die beiden da hinten und dann noch die beiden da vorne. Das kann der Meister uns jetzt einfach so viele hier öffnen, einmal schnell im, äh, im Gewehrfeuer hinten weg, äh, wie wir halt Zeit haben. Ähm, äh, es sei denn, also, so nach dem Motto, wenn die anderen uns zwischendurch dazwischen kommen, dann kommen sie gleich. Halt nicht, aber jetzt sind wir gerade noch dabei. Ja, ähm, gut rechnen. Äh, wobei Retzan noch sagen würde, während wir hingehen, wenn einer hierher kommt, der nicht die Dottora ist, also der richtig im Kopf ist, dann tu so, als wärst du immer noch wütend. Äh. Äh, damit die nicht, äh, du versuche, ich, ich schreie und zitter wie Dottora? Ähm, nicht, nicht unbedingt laut, aber aggressiv, bütend. Ja, okay, ich will schreien. Und dass, dass, dass wir nicht helfen und du alles machst und wir nicht dankbar sind und dir nur Dinge wegnehmen wollen, das hattest du gesagt. Gut, ich versuche. Mhm. Okay, welchen macht der? Sieben oder acht? Äh, sieben. Ist eine schönere Zahl. Sieben. Gut. Da geht ganz rund voreingenommen. Ja. Äh, auch hier macht es, ähm, und hier ist ein Beutel drinne, eine zerbrochene Weinflasche und ein Langschwert. Kein Bogen. Und ja, die Statue, genau, die Statue hat einen Bogen in dem Grablichter Langschwert. Das ist komisch. Na gut, Retzan würde sich denken, soweit er das mitbekommen hat, hat er ja auch bei Saladir gesehen, Bogenschützen oftmals noch eine Zweitwaffe und dass der Bogen eventuell einfach komplett zerbröselt ist. Bögen sind in der Regel aus Holz, ja. Ja. Also, äh, er würde mal, während Nimru sich das anguckt und ihre erste Wahl trifft, was sie da rauszieht. Nimm gut zerpflückt wieder auf geübte Art den Beutel, das sieht schon echt routiniert aus. Sie zupft das Brot raus, schmeißt es in der Ecke. Mhm. Sie nimmt die Münzen raus, steckt sie sich ein, nimmt die Fiolen raus und hält sie dir hin. Gut. Münzen 5, Fiolen, lila, rot und grün. Fehler, rot, äh, okay, dann mache ich nochmal einen neuen Tab mit grün. Gut. Okay, willst du irgendeinen davon aufmachen und nochmal untersuchen? Nein, wir sind hier jetzt in Akkordarbeit. Wir gehen auch direkt weiter zum nächsten, außer Nimru will sich noch was anderes angucken und Retzan würde nur einmal den Blick schweifen lassen, ob er in dem Grab eine Bogensehne irgendwo sieht. Nee. Aber hier liegt auch, hier liegt auch sehr viel Unrat drin, zerfallene Kleidung und sowas. Also es kann sein, dass sie irgendwo unter diesem ganzen Zeug liegt und es ist einfach durchwühlen. Nimm gut, würde den Nix nehmen. Gut, währenddessen sind die anderen auf dem Weg, ja, auch zu dieser Kammer und ihr hört in, ja, nicht regelmäßigem Abstand, aber immer mal wieder ein ziemliches Bersten. Es hört sich an, als wenn Stein zerbrechen würde. Seid er dir, ist das scheißegal. Was ist mit Dartan? Oh, Moment, wir hören ein Bersten? Von wo? Ach, aus der Kammer unten, ne? Ja. Ah, okay. Ihr seid ja auf dem Weg zur Treppe. Mhm. Die haben, während ihr diesen Mantikor gefunden habt, haben die ja die Gräber geöffnet und jetzt seid ihr da fertig, seid auf dem Rückweg und die sind auch dabei, diese Gräber zu öffnen. Deswegen hört ihr dieses, ja, das Aufknacken der Sachen. Die machen doch nicht etwa diese Sarkophage auf, ein Pferdes Dartan. Zaladi ist es egal, wir machen jetzt etwas anderes auf. Ja, bei Kor, damit möchte ich nichts zu tun haben. Also, du hast, also, Saladi, du hast den Eindruck, dass Dartan vollkommen deiner Meinung ist. Es gibt keinen Platz zwischen euch. Ja, es ist ja zur Zeit auch das Beste, was Dartan tun kann. Ja, wenigstens hört er einmal in seinem Leben auf dich. Endlich mal eine kluge Entscheidung von ihm. Genau. Ja, ja, bis ihr nächstes Jahr auf den Probe kommt. Wir starten ziemlich strebisch weiter. Ähm, ja, ihr kommt an, äh, der Treppe oben an und, ja, Saladi möchte nach oben. Das Knacken kommt definitiv von den Särgen Dartan. Was machst du? Ich guck da gar nicht hin und ich geh einfach die Treppe hinter, äh, 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 Saladi hoch und, äh, ähm, die Frage ist, ob ich, ja, ich glaube, ich würde ein kurzes, völlig improvisiertes Stotterndes, wahrscheinlich vollkommen falsches Gebet an Chor richten, dass er uns das verzeihen möge. Mach mal bitte eine Götter- und Kulteprobe, er schwert um eins. Du hast nie zuvor an Chor gebetet. Ja, aber ich hab, ich hab da, ich hab da das, aber ich hab das im Kopf, was ich da neulich gehört habe. Ist richtig. Das kann ich wiederholen. Deswegen, er schwert um eins. Und das war nur Aufzählung von Namen. Naja, aber die kann ich erst mal aufzählen. Das ist ja, das ist seit der Hälfte des Gebets schon rum. Ja, wie gesagt, mach mal deine Götter- und Kulteprobe, er schwert um eins. Gleich gibt's so göttlichen Fluch. Ja, aber das nicht für mich. Na, wenn du jetzt ein Gebet verhaust? Ja, natürlich. Ich hab doch von sowas keine Ahnung. Gut, du schickst ein Stoßgebet Richtung Chor. Ja. Ja, möge er uns das vergeben. Ja, wahrscheinlich steht gleich jemand... Moment, nein, 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 nein Ich hab's doch jetzt erst gemerkt. Du bist hier nicht der Meister. Du hast es nicht zu bestimmen. Also ich sag mal so, Kor ist dafür bekannt, dass er unter anderem dafür steht, für Zorn und Gnadenlosigkeit. Aber gut, du sendest ein Gebet nach Kor. Es ist eigentlich eher eine Bitte um Vergebung für die, die das da machen. Gut. Okay, aber du gehst die Treppe mit hoch. Ich gehe die Treppe mit hoch. Und auf keinen Fall, da kriege ich keine Zehnpferde hin. Okay, gut. Währenddessen, gut, dann intervenieren sie nicht. Das heißt, ihr könnt die anderen Gräber machen. Macht ihr alle Gräber auf oder lasst ihr eins explizit aus? Ihr habt noch acht und eins und zwei. Also die anderen können intervenieren, also ich gehe aber nicht mit hin. Ich würde mal sagen, wir machen alle auf. Wenn Nimro jetzt nicht irgendwie sagt, nein, eins ist eine doofe Zahl, das erste machen wir nicht auf. Also wenn Retsan sie nicht auffällt, dann sieht sie das gerade ganz pragmatisch. Die können das nicht mehr brauchen. Wir brauchen das, um hier rauszukommen vielleicht. Retsan sieht das sehr, sehr ähnlich. Okay, dann im achten Grab findet ihr einen zerfallenen Köcher, fünf schwarze Pfeile, wieder einen Beutel und wieder ein Langschwert. Sind die Pfeile noch brauchbar? Fünf Stück davon, ja. Nimm Nimro mit. Zahle, der als Geschenk, sie fühlt sich gerade gut dabei bei dem Gedanken. Okay. Das Langschwert lasst ihr wieder liegen. Die Münzen nimmst du wieder an, ich nehme mich an. Wie viele waren das? Münzen, vier Stück. Ja, und die vier wollen gehen wieder an, geht's dann. Das wäre einmal lila, rot und grün. Viel zu viele lila, viel zu wenig rote und grüne, aber okay. Okay. Ihr geht, wenn ihr das fertig habt, zum Grab 1, wo die Totora in der Nähe ist. Die untersucht dort gerade die Statue. Achtung. Frau Totora, die Statue dort hinten war ganz besonders. Ich finde, dumm kann ich mich selber verkaufen. Die Statuen sind alle identisch. Aber die da hinten hat Burgen und Schwert ist drin. In Grab. Gut, da Nimro der Wortführer ist, bitte von dir eine Überredenprobe. Ich habe da eine Unfähigkeit, das wird nichts. Ja, dann darfst du deinen besten Wurf nochmal neu würfeln. Mhm. Das hört ja sowas von nichts. Wo ist denn das? Gesellschaft, ne? Ich nutze das so selten. Gesellschaft. Ah, oder warte. Bekehren, überzeugen oder überreden? Überreden. Wo ist Überreden? Ah, da unten. Da habe ich nicht mal eine Unfähigkeit drin. Na gut, dann brauchst du nicht. Da habe ich einfach nur schlechte Werte. Na dann, zeig uns alles. Einfach eins. Schade. Dann untersucht ihr das Ding doch. Und ja, sie bleibt an Ort und Stelle. Das haben wir schon, aber... Frau Doktorra, wenn ihr nicht haben möchtet Stein auf Fuß, solltet ihr zur Seite gehen. Und sie hat gerade alle ihre Sprachkenntnisse zusammengenommen, um einen vernünftigen Satz hinzupacken. Boah, das ist schön für dich, aber nein, die rührt sich nicht von der Stelle. Die bleibt dort. Dann habt Stein auf Fuß. Mir egal. Frau Doktorra, wir haben es schon untersucht, aber mit unseren ungebildeten Intellekten konnten wir einfach dieses Rätsel nicht lösen. Okay, du darfst auch noch mal eine Überredenprobe, aber ich werde um zwei machen. Mhm. Ich frage gar nicht erst, ob mein Vorteil rein zählt, weil das hat er ja vorhin schon nicht. Richtig. Wir reden mit ganz vielen R's. Aber nein, natürlich habt ihr keine Ahnung von irgendetwas und deswegen, ich werde mir zuerst diese Statue angucken und dann die nächsten. Gut, ich werde jetzt diese Steinscheibe schieben und wenn landet auf eurem Fuß, eure Schuld. Sie reagiert nicht weiter drauf und macht sich weiter an ihre Forschung. Gut, es gibt sich aber schon Mühe, die Steinplatte ein bisschen von der Doktorra wegzuschieben. Okay, dann brauche ich noch mal eine Kraftaktprobe, diesmal erschwert um zwei. Eins wäre es normal und da du es jetzt vorsichtig machen willst, noch mal eins drauf. Ist auch die einzige Probe, die du jetzt noch machen musst zum Öffnen. Erschwert um eins. Ja, um zwei. Zwei, ja. Wäre es mir um zehn, dann wird es vielleicht was. Ich kann es ja auch im Zehner schwemmen, wenn du das lieber möchtest. Nein. Ist ganz gut so. Gut, du hast zwar eine 20, aber trotzdem geschafft. Komisch. Es dauert ein bisschen länger als bei den anderen, aber du schaffst es, sie aufzumachen und mit etwas Mühe und Not so wegzuschieben, dass du die Schuhe eben nicht triffst. Sie guckt dich dabei auch ein bisschen an, weil sie findet das gar nicht gut, dass sie die Dinger hier öffnet, aber sagt erstmal nichts weiter. Wir finden sie auch gerade gar nicht gut, also von daher sind wir auf einer Welt. Na dann. Okay, hier drinne findet ihr, was vermutlich mal eine Stoffrüstung war. Die ist auf jeden Fall komplett verrottet und zerrissen, zerschlissen, also nicht mehr zu gebrauchen. Einen Beutel, eine gesprungene Weinflasche und einen Rondra-Kamm. Kannst du nicht sowas kämpfen? Nein. Und den sollten wir auch definitiv nicht an uns nehmen. Das ist eine göttliche Waffe. Aha. Gut, was in Beutel? In Beutel wieder ein schimmeliger Haufen ehemaligen Brotes. Wird so weggeschmissen, dass er nicht die Doktore trifft? Zwei alte Münzen und sehr viele Glassplitter. Oh nein. Kaputt. War zu erwarten. Alles kaputt. Aber sind noch Quark hinter? Ja, aber die sind sehr anfällig, sag ich mal, für Probehände. Also wenn ihr damit versucht, die wieder einzukurken, bräuchte ihr zu viel Kraft, die würden zerfallen. Und der Weingurken? Der ist ein bisschen groß, ne? Also ein Weingurken ist doppelt so groß wie den Kurken, den ihr braucht. Ja, wenn wir genug draußen abbröseln, dann passt das vielleicht. Wenn Retsan sieht, wie du da reinguckst, weil den Gedanken hat er ja auch schon sagt, nur versuchen wir es gar nicht erst. Gehen wir einfach zum nächsten. Oh gut. Okay. Gut, beim nächsten ist die Toria nicht im Weg. Von daher, auch hier findet ihr eine verrottete Stoffrüstung, wieder ein Beutel, eine alte Weinflasche und auch wieder ein Rondra-Kamm. Ja, Limco geht gerade auf diesen Beutel zu und schmeißt wieder das Brot raus. Richtig. Und ja, dort sind auch ein paar Glassplitter drinne und eine Fiode mit einem grünen Trank und vier alte Münzen. Ich schicke die Münzen ein und habe jetzt 30. Hier, nur ein Rest kaputt. Okay. Dann zurück. Damit sind alle Gräber geöffnet. Aber jetzt alle. Ja. Also ja, soll ich, soll ich dich anstreiten, wenn wir rübergehen? Nein. Jetzt, dann können wir ehrlich sein und sagen, dass wir, dass du die geöffnet hast und dann halt äh, danach auch, also nachdem du alle geöffnet hattest, auch einen äh, getrunken hast und dann äh, das da und er deutet nochmal wieder auf die Pfütze, die man von hier aus ja noch schimmern sehen kann äh, und dann warst du wieder normal. Du, du hast geschaut auf auf Tränke und ich hab gesagt, bevor du die nimmst, ich trinke. Genau. Du hattest gesagt, dass du auf jeden Fall die trinken willst und nicht wir und dann kam's dazu. Das ist ja wieder typisch für irgendwelche Abenteurer. Bescheißen, wo sie nur können und plündern Gräber. Von der Dutora. Retz hat gesagt, vollkommen ungerührt zu Nimru, gehen wir. Die kommt, wenn's ihr zu dunkel wird. Gut. Ein Verlass hier auf irgendwen. Alles muss man selber machen. Okay, ähm... Ja, auch Licht denkt sich interessant. Gut, ihr geht wieder Richtung Treppe und ihr habt am Rande so ein bisschen mitbekommen und hört auch jetzt noch Gefluche und Beschimpfungen von Saladir. Die sind scheinbar nach oben gegangen, die Treppe hoch. Saladir. Geht komisch. Ja... Gehen wir erst mal in den Raum. Ich möchte erst mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Okay. Gut, während ihr in den großen Raum geht und die andere Gruppe nach oben geht, ähm... Ja, sehen wir dann in der nächsten Folge, was weiter passiert, denn wir haben schon wieder eine Stunde voll. Genau. Wie nennen wir denn diese Episode? Grabräuber. Ja, ja klar, das war logisch. Ja, irgendwie so, ne? Plünder-Duo. Neu ist in Sita. Zorn des Chor. Plündert für Anfänger. Ne, der Zorn des Chor kommt erst, wenn die, ähm... wenn die Statue zum Leben erwacht. Ja, da hab ich auch grad böse erwache in der nächsten Folge. Wenn, genau, wenn das Gebet Chor erreicht hat, genau. Ich hätte Schatzsuche genommen. Das ist aber sehr mild umschrieben. Naja, wir wollen doch nicht gleich alles spoilern, oder? Neues Inventar. Dafür bin ich. Nein. Überlebenskünstler. Oh, ich muss die Stimme rauskriegen. Knackende Steine. Das ist gut. Knackende Steine. Oder berfende Steine. Kräftiger Saladier. Oder Loot für Saladier. Das war das erste Mal überhaupt im ganzen Spiel. Ja, Loot für Saladier. Let's play. Ja, und Loot für Saladier will natürlich auch gehen. Über die Streitachs. Ja. Wir können auch, wir können auch ein bisschen Clickbait betreiben. Und, und Pfeiler hast du jetzt auch. Also, Nimmgur muss sie dir noch geben, aber er ist, er ist für Saladier. Ja, Loot für Saladier nicht bekommen hat. Nein, das hat Saladier rausgezogen. Du warst bewusstlos, du hast das gar nicht mitbekommen. Aber ich finde, wir könnten auch ein bisschen Clickbait betreiben und die Folge so etwas nennen wie riesiger Manticor. Denn die letzte Folge hat damit geendet, dass man die Löwenfratze sieht. Wenn wir jetzt die Folge Grabräuber nennen, dann ist allen sofort klar, oh, der Manticor ist ja gar nicht das Highlight. Und dann nennen sie doch Löwenfratze. Geheimnisse der Statue. Oder Geheimnisse des Manticors. Wunderbar, Saladico. Bin ich überzeugt. Aber ich bin auch gerade nicht kreativ. Überraschungsfunde. Stein einer Wächter. Dann vielleicht nur Wächter, weil dann sonst mit Steinern verraten wir ja, dass der nicht echt ist. Ich meine, das erfährt man relativ früh, aber das wollen wir doch nicht direkt im Titel spoilern. Aber ist es denn ein Wächter? Es ist ja Kor selbst. Ne, der Manticor ist das Tier des Kor. Genauso wie die Löwen für Rondra, der Greif für Praia. Ne, aber es... Der Manticor steht für Kor. Der Manticor steht für Kor und er ist in seinem eigenen Tempel doch nicht der Wächter. Aber ist das jetzt eine gemeißelte Statue oder ist das nur ein verstanderter Manticor? Das wissen wir ja doch gar nicht. Das ist richtig. Er sieht sehr lebensecht aus. Der könnte auch im Zauber versteinert worden sein. Das ist richtig. Ja, da wir alle keine Zauberkunde haben, außer der, der gerade bewusstlos ist. drin steckt, ja. Ja, ihr könnt euch... Überraschende Funde oder so. Ihr könnt euch gerne noch mal was überlegen und im Discord schreiben in Quirland. Ich bin jetzt gerade irgendwie braindead, was das angeht. Drum machen wir mal lieber Schluss und weiter mit einem Saladier mit seinem Loot und den nächsten Steinen, den nächsten Kraftaktproben und dem Brecheisen. Den nächsten Steinen, die uns womöglich entgegenkommen und Heilkunde... Heiltrankbrummen auf Bewusstlose. Ich bin mal gespannt, wer was bekommt. Also mit all diesen Dingen geht's weiter im nächsten Teil. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.